Ok, dann starten wir mal und schauen dann, ob er noch kommt, oder ob er noch kommt. Ok, dann... Gib mal eine Minute, dann platzieren wir noch schnell das Zappel, dann habe ich noch eine zweite Karte. Alles klar. Wir gehen jetzt doch irgendwie einfacher, wenn man so einen kleinen Strich hat, dass man weiß, wo man sein sollt. Ok, das ist so weit eingerechnet, denn die Bahn ist nach rechts, wie es ausschaut. Ja, Bahn ist rechts. Willst du dann führen, oder soll ich? Ich kann führen. Gut. Es sei denn, du willst unbedingt. Mir ist es gleich. In der letzten Mission habe ich mich dann böse für Fluch und bin mit Spritmangel irgendwo außen gelandet. Dann fragst du ihn jetzt erstmal. Gut. Ui, schau mal, da läuft einer mit der Stücke da vorne. Und über den Fliegel laufen, über den Fliegel. Sau mal. Der traut sich was. Yo! So. Color. Freya, dies ist Tamarkt. All aircraft, solo. Oscar Maategor. Roger. Freya, dies ist Habicht, wir sind unfasslich mit der Steve Merck starten. Wir sind auf der Weg zur Rendezvous mit Kiesche Gut, gut Bräerall call sign, Skrattung ist reportend, wir sind unter Air attack, 08.18, 08.19 Oh, Quaid Ja, wir werden ein bisschen mehr aufhören, aber wir werden schnell gehen. Kirchherr, das ist Hartwig, wir sind an der Rendezvous point, wir werden auf der leften Orbit starten. Unrested. Ich glaube, wir haben den Kontakt an 11 Uhr. Ich bin blind. Ah, ich sehe den. Hartwig, das ist Kirchherr, wir haben dich in Sight auf der 11 Uhr. Ihr 11 Uhr, approximately. Wir passen die RV point, Harlow 27, Peville 2090. Kirchherr Habicht, Victor, wir haben dich in Sight as well. Kirchherr Lieder, du hast Navigation. Darmus Realist. Gnome. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 You could fly with us but we stay above you You want to overfly the target and come back? I turn on my back and climb I turn over now and drive down Okay, brakes out, sirens Okay, driving down Check, driving down On the way On the way On the way Ja? Direkt in? Ja, ja, same. To the back. No car! Okay, same watch out, I think you've got to come your way. I'm going evasive. Okay, check when you're in the right and back. Ja! Ja, then I'm off to your left wing now. Kirsche habicht. I've hit there. Bullseye. I don't know what I hit, but I hit some places. I missed all mine. Alright. Okay, going straightly west now. Habicht, this is Kirsche VRE grassing on the deck. Isle 300, Caruso 300, repeating, Caruso 300. Kirsche habicht, Victor understood, we have eyes on you. Okay, check when you've got eyes on Dane. On Lochen. Okay, we're passing the CD just well. Nope, I'm on the fire. Oh, Jack, he's on the fire. Should we turn from Dane? Yeah, let's turn and give him a hand or something. Yeah, turning round. He will hit. Okay, close. I'll stay close to you. Okay, so you are on the deck. Form 1 is coming down. Okay, I'm just getting a head on on this guy. Okay, Dane is breaking off now. But at least he's not in firing position. Looks like it's a single fighter. A single fighter, yeah, I-16. It's a rotor. It's a rotor. It's a rotor. Ah, I don't know where. Oh, there's a second one. A third one, third one. A third one. These guys are all around. A third one. A third one. A third one. Engine damaged. I have to ditch somewhere. Let's see how far I can go with this. Okay, Jackman. We just push the throttle and see how far we can get away. Ah, I ain't going to get far on my engine. I'm going to push that clearing here on our one o'clock. Ah, that guy's smoking. Making emergency landing in the clearing. I can't find one in front of me. Okay, Jackman's going in, going in hard, going in hard. Down on the line. Down on the line. Yeah, my engine's damaged. I have to see to get out of that forest as well. Ah. They would have been captured. I'll have to check that now. Okay, looks like I'm clear, so. It's a Savi-Domo already friendly. Looks like. Oh, shit. Which one is friendly? I'm now over Rashid Mikovar. Oh, there's more planes coming here. On their tank. Oh, I see you, I see you, I see you. Yeah, I'm taking heavy damage. Taking heavy damage, yeah. I checked. There's one coming. Fuck. Oh. I see you. Oh, man. We're getting.. We're getting ready? I'm so sorry. Little leg. Need about it. Oh. I'm getting ready. Untertitelung des ZDF, 2020 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 My position to kill you, no Szydnkowski, heavily damaged, try and take our steering line, we have to fertilize Yeah, cover that Kirsch, we are at your 4 o'clock, we will protect your 6, fly with you as long as we can Thank you very much Thank you Thank you Das ist Kursch, die NGN-F stopt, ich muss hier verabschieden. Entstanden, Kursch, wir haben Radio-Positioned Ground Forces, Sie sind in friendly Territory. Freire, das ist Tamat, Single Stuka Kontakt, Landing 0717. Keypad 8, Requesting Ground Forces to go and pick up Pilot. Over. Kommt 4, 2. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020